Hallo ihr Lieben, oh Philou, der Horst macht gerade ein kleines Video. Wir sind hier heute auf der Geiselwiesen, am Geiswiesenbeier. Natürlich wieder schön, wunderbares Wetter, nicht viel los und lassen wir uns gut gehen. Und hier sind jetzt gerade ein paar Alpakas vorbeigelaufen. Man kann es noch sehen, der Horst macht gerade einen Schwenk. Und der Philou war etwas aufgeregt, weil das kennen wir noch nicht. Seht ihr wie schön es hier ist? Auf der anderen Seite sind auch ein paar Camper. Wunderschön. Und wir genießen einfach wieder unser Leben, so wie es sich gehört. So, ich zeige euch nochmal die Geiswiesenbeier, kurz. Das ist alles noch so ein kleiner Geheimtipp. Herrlich. Schon schön hier.